Hallihallöchen Die Grafik hat sich ein wenig verschönert, weil ich habe jetzt einfach mal diese HD-Mods reingepackt. Oh, ich kriege eine E-Mail, Walle folgt dir jetzt. Achso, ja, Walle. So, aber nicht der Walle mit dem Gummibaum, ne? So, ähm, Kabel kurz hier, das ist das Problem, wenn man den Controller spielt. So, die Frage ist natürlich, soll ich die Facecam, also ich frage jetzt mal für die im Stream, soll ich die Facecam reinmachen oder nicht? Mir persönlich ist das eigentlich egal, weil es ist ja die Aufnahme in, ähm, es ist ja, es ist ja die Stream, Ich, äh, wie, ich streame es ja gerade, also ist es mir eigentlich egal, ich kann das von mir auch reinmachen oder auch nicht. Dat wusste er dann selber gucken, ne? Dunkle Glut hergeben, hab ich den nicht schon? Ach, weiß was, hier, nimm's. Nicht gut genug, um in solchen Spielen streamen zu können. Ne, ohne Cam, bitte. Okidoki. Ich weiß, ich bin hässlich, nein, äh, Großschwert, Krules Großschwert, göttliches Groß, wow. Äh, göttliche Eator, Drachenschild, göttlicher Krachenschild, aha. Erstmal glaube ich nicht schon. Achso, Lillikarte, wenn du mich magst, dann gut. Nachher wird eh, ähm, noch Gedingspumpst. Ja, das ist Tomb Raider 1, werd ich nachher auch noch spielen, da hab ich voll Bock drauf. Okkulte Keule. Ey, Keule! Ja, aber ich brauch keiner dieser Waffen, also hab ich denn eigentlich umsonst grad die Loot? Ach, egal. Jaja, so, wir gucken mal jetzt, dass wir mal weitergehen. Quatsch, du bist knuffig. Achso, ja, tut mir leid. Ich denk, Lillikarte, ich bin einfach... Danke, danke. Verdammt, ich hasse das, wenn Leute so was sagen. Das ist so... Ich konnte mir so... Ich konnte mir Komplimenten nicht klar, aber gib mir Komplimenten, los. Aber ich konnte mir nicht klar, aber trotzdem... Wie, ähm... Finst du im Garten? Was versteht hier? Tarnung. Ja, ich weiß. Ähm. Und? Tschüss. Ähm, nein, ich mein nur das Problem... Der lebt noch? Ah, ich dachte schon. Ah, apropos, äh... Danke sehr. Äh, nee, ich, äh... Ich kenne sehr viele Leute, die hat eben nur zuschauen, wenn ihnen das Spiel gefällt. Und, äh... Ist aber so, das ist nicht schlimm, aber ich persönlich finde das... Ich finde immer so, das nimmt doch eigentlich den... Sinn beim... Also, da merkt man, dass die Leute einen nicht wegen, äh... Die Leute meistens einen nur wegen dem Spiel gucken. Bin wieder weg. Bis bald vielleicht. Kassara, äh, bis dann. Viel Spaß noch, äh, bei dem Wasser, wo du machst. Oder schlaf schön, je nachdem. Sorry. Nein, ich will, Kassara, nur, ähm... Mach's gut. Nee, äh, ich meine nur, ähm... Die meisten Leute, äh... Ich kann ja... Ja, er schreibt mich doch nicht so. Kassara. Viel Dank für den Follower, genieß deine Nudeln und viel Spaß beim Zuschauen. Oder, naja, viel Spaß bei dem, was auch immer du machst. Danke. Na, ich bin, äh... Es gibt, äh... Ich sag mal so, ich guck ja Gronkh zum Beispiel, oder... Oder keine Ahnung. Ein Let's Player, den ich halt eben wieder gucke, zum Beispiel KuchenTV, oder was weiß ich. Den gucke ich mir halt eben auch an, wenn er halt eben, äh... Das behinderste Spiel der Welt spielt, weil ich weiß, das wird eh irgendwie witzig, weil... Die Person... Weil ich die Person persönlich mag, genau. Weil ich die Person mag. Aber es kommt wieder, immer wieder auf die... Ja, wie gesagt. Es kommt auf die Person an. Und natürlich auf den Person... Also auf den Zuschauer. Aber, äh... Ja. Wieso... Warum red ich jetzt darüber? Egal. So, wir gehen jetzt hier durch den Wald. Ich hab keinen Bock gegen diese ganzen Baumviecher zu kämpfen. Deswegen guck ich, dass ich hier irgendwie, äh, außen rum laufe. Denn wir müssen jetzt so dieser... Was ist das denn da? Ach, guck mal. Ach, wo da hinten sind Menschen? Hey! Ähm. Hey! Kollegah! Guck mal! Ähm. Guck mal! Du bist scheiße! Hey! Hey! Kollegah! Hallo? Äh, nein. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte das hier machen. Hey! Kollegah! Mach's gut. Pikachu-Fan! Hey! Ich hätte es gerne warme Nudeln. Mir ist eisig kalt. Du redest darüber, dass der Chat mit dir darüber redet. Ja, das ist... Ja. Ja. Versteht hier. Versuch's mit angre... Nee, hätte ich nicht gedacht. Schwache... Schwäche Flügel. Kann ich hier ein Boss oder sowas in der Nähe? Ja. Ja, mach's gut, Katara. Auf jeden Fall, ähm... Ja. Ich sollte öfters mal einfach spontan mitten in der Nacht fielen. Das kommt immer gut drüber. Wo geht's hier hin? Die scharpe Angst! Äh, da geht's runter. Das ist nicht so gut. Ähm... Äh, hallo? Oh, jetzt. So. Ich frage mich jetzt eigentlich überhaupt, warum wir leuchten. Also, was bringt uns hier zum Leuchten? Der Heilige Geist. Er weiß es. Hey, noch mehr... Ra... Äh, äh, Rasen. Noch mehr Wald. Ich seh diese Bäume hier nicht. Ich hab keinen Bock, dass irgendein Baum jetzt aus dem Boden springt und mich angreift. Die Dinger sind fies. Ah, da hinten muss ich... Oh, ich weiß es, wo wir sind. Ich weiß es. Gleich treffen wir Sylph. Denn das ist ein Hund, äh, Wolf, der einfach mal, glaube ich, hundertmal größer ist als ein normaler Wolf. Und deshalb ist er sehr hungrig. Und, äh, ja. Er ist sehr hungrig. Bevor ich jetzt aber da runtergehe, gucke ich erstmal, was es hier so ganz noch gibt. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Rüst. Ach, guck mal, ein Pilz. Oh, wie süß. Guck dir den mal an. Guck dir diesen Pilz mal an. Oder schreit sogar. Da tut mir jetzt irgendwie leid. Oh, noch ein Pilz. Das ist ein Pilzkollege. Ja. Das würde ich jetzt, wenn die Mutter von den Viechern... Goldha... Uh, okay. Jetzt will ich erst recht töten. Ähm. Wenn die Mutter von den Typen kommt... Da hinten ist ja die Mutter. Ja, keine Ahnung. Oder Elternpaar oder... Auf jeden Fall sind das die Großen. Die Großen sind aggressiv. Hi. Warte, kann ich eine Geste machen? Ähm. Du kommst jetzt her. Ne, warte mal kurz. Was ist das hier? Äh, ne. Hier, das. Hi. Mörder. Meine Nudelsuppe ist fertig. Oh. Hi. Äh, die sind aggressiv. Die schlagen richtig... Also... Alter. Ich hab Angst. Ich weiß nur, einmal haben die mich... Die haben mich one-hitted früher. Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch machen. Aber vielleicht soll ich mal warten, bis meine Ausdauer hier geht. Äh. Ach, guck mal. Da sind ja noch mehr. Hallo. Wie die schreien. Hey, da ist ja noch einer. Hey, komm her. Hey, komm her. Oh. Alter. Alter. Wie brutal. Ich hab da voll nicht erwartet. Ich da... Oh. Alter. Das arme Ding, ey. Oh. Goldhart. Geil. Und hier ist die Truhe. Äh. Siehst du, wie viel... Alter, wie viel Damage macht das Ding. Siehst du, wie viel das Ding... Wie viel... Damn. Oh, was ein Glück. Hat er daneben geschlagen. Da hat er Pech gehabt. Da hat er wieder Pech gehabt. Da hab ich Pech gehabt. Kannst du, dass die Dinger wieder lebendig werden, nach ein paar Sekunden oder so? Ich mein, das sind Pilze. Die müssen... Das wäre jetzt nicht unrealistisch, wenn das... Oder... Oder vermehren sich die... Oder wenn die Dinger sich vermehren, dann hätte ich Angst. Auch nur diese Bahnen will. So, ist das eine gefakte Truhe? Ne, das ist keine gefakte. Das heißt, ich kann ich auch machen. Und drin... Eine blaue Glut. Achso, ich wollte gerade sagen, drin ist nichts, aber da war doch was drin. So, hier geht's dann zum Abgrund, wo man nicht weiterkommt. Also müssen wir erst da hin, also. Ach, hier bin ich ja gestorben. Wegen was nochmal? Ja, Hanna, ich bin Tee Schweiger. Und man hat mich verarscht. In Dark Souls. Äh. Alter. Oh, wird das Ding lebendig? Jetzt nicht mehr. Das ist so gemein. Die Pilzdinger sehen von niedlich aus. Hätten noch ein Gesicht. Dann wäre es richtig niedlich. 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 Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich da runterlaufen soll und ist mir hier runtergefallen. Ah ja, deshalb! Jetzt weiß ich's wieder. Oh nein. Das Rollo-Ding. Ich hasse dich. Du bist aggressiv. Di, di, di. Au. So. Jetzt habe ich's diesmal totgekriegt. Ah, hier kommt direkt das Zweite nachgerannt. Hey, hey, hey. Du kannst ihn nicht durchrennen. Wie scheint er das doch? Hey, zwei Stück von denen. Hey, ich bin nicht dein Futter. Au. Okay, ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Tschüss. Ich mag euch nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Ich will euch nicht haben. Geht weg. Mach mal, man kann die runter. Ah. Kommt die jetzt hier... Nee, die kommen nicht vorbei. So, Lil' Katsu, hast du keine Nudelsuppe? Also, kannst du die nicht warm machen? Also, ich hab das Problem jetzt. Ich habe auch Nudelsuppe. Ich hab hier Ramen ganz viel. Könnt ihr mir warm machen, aber ich hab's schon gegessen. Hey! Der Geistmann! Hey! Noch ein Ritter! Oder so. Ja, geil. Ich bin hier hoch. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich bin wirklich gleich tot. Alter, der macht... Alter, die machen beide ganz schön gut Schaden. Ich hau mal ab. Kein Bock, genau nicht zu kämpfen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Der will aber... Der will es aber unbedingt wissen, ne? Von mir aus, komm her. Ich habe Shield. Du hast es Shield, aber nutze nicht. Du sterben jetzt, weil du dumm bist. Verstanden? Danke. So. Alter, wie ich das Sehen kriege. Ich töte da hinten und geh zurück zum Estus Slakon und komm hier wieder hin. Weil dann kann ich mich wenigstens hochleveln. Jo, wo ist denn der Typ? Da ist der Typ. Hey! Ja, schlag mal die Wand. Du hast Aggressionen. Wo ist der Bogentyp? Was ist das? Ach, das ist ein Stein. Ich dachte, das wäre was... ...nicht Wichtiges. Egal. Sonst ist hier doch keiner. Habe ich denn... Mal gucken. Habe ich denn noch eine Seele dabei? Äh, 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 äh. So. Ja, das haben wir ja. So ein Mischwesen. Aber ich will hier so eine... Haben wir hier so eine göttliche See... Eine göttliche Seele. Äh, okay. Dann gehen wir da nicht zurück. Nein, nix. Ach, das ist kacke. Oh, Mann. Ich will... Da. Wenn du bei mir wohnen würdest... Äh, wenn du bei mir wohnen würdest, genau. Wenn du bei mir in der Nähe wohnen würdest, würde ich jetzt vorbeifahren. Hier du den schenken. Weil ich hab hier genug davon. Ach, ja. Was ist das? Was steht hier? Schleichweg. Okay, hier ist keine versteckte Wand. Ich würde so lachen, wenn der Funk jetzt vorbeikommen würde. Vor allem, wenn ich grad am Dark Souls spielen bin. Dann lach ich aber richtig. Aber, nee. Das ist Funk. Der hat ja eh... Der hat keine Zeit. Das ist wahrscheinlich... Ich hab ne'n Schrankfach voll mit Instant Nudeln. Oh. Ich hab schon verbrachte noch mal so früh. Ich red's nicht so spät noch. Wach. Hey, Kollege. Du lebst ja noch. Nicht mehr lange. Ja. So viel hast du. Nicht mehr lange. Ich bin so böse. Bin so böse. Jo. Da, da, da. Gelobt sei die Sonne. Wieso? Geheimnis. Pass auf, Tränen. Ja, das ist traurig, was jetzt kommen wird. Pass auf, Arm. Achtung, Boss. Hey. Hey, hey, Boss. Ich will auch mehr gehen. Pass auf, Kummer. Kummer. Gehen wir's an. Mein Kater hat mich in den Fuß gebissen. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Au. Warum beißt er dir in den Fuß? Aber egal. Jetzt bin ich mal kurz leise. Weil die Tür jetzt geöffnet wird. Pass auf, Tod. Ein Friedhof. Kummer. Pass auf, Trübsal. Ich halte's nicht aus. Aha. Kummer. Überall Kummer. Alter, was ein Riesenschwert. Gram. Oder Gram. Ich halte's nicht aus. Okay. Das Riesenschwert. Können wir das mitnehmen? Das können wir nicht mal benutzen. Okay. Okay. Oh, die Szene, die ich gesehen hab, war anders. Fetter Riesenwolf mit fetten Riesenschwert ist tödlich. Unendet. Hey. Das ist auch nicht so tödlich, wie ich da... Vielleicht soll ich mal was zum Heim nehmen, schnell. Kann ich die Schläge einfach blocken? Geht das? Ah, ich soll vielleicht mal... Ich glaub, der... Ja, ich kann die blocken. So schwach bin ich doch gar nicht. Mein letzter ist... Oh, es war... Ja, das war mein letzter ist ein Schlag. Eigentlich würd's doch... Au. Machbar sein, dass ich den wegkrieg, aber der Wolf... Alter, das ist schwer, das ist so geil. Ah, 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 ah. Du, 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 ich will weg. Der Wolf mag mich nicht. Warum mag der mich nicht? Soll ich den Max mal fragen? Ich schreibe gelegentlich mit ihm. Wenn du möchtest. Er wollte ja eigentlich eh vorbeischauen mal, äh... beim Streamen. Er hat mich ja mal gefollowed vor... gar einen Monat. Einen Monat vor einem halben Jahr oder so. Also ich hab nichts gegen den Max. Und Max hat so... Es scheint auch nichts gegen mich, aber er muss nicht vorbeischauen. Also wie gesagt, Katze, wenn du möchtest, kannst du das machen. Aber ich... Ich spinge hier niemanden. Ich weiß, dass der Max halt eben sehr viel zu tun hat im Leben. Oder halt eben generell. Ah, scheiße. Nein! Nein, nein, nein. Du gehst weg. Du gehst weg, Hündchen. Hündchen. Los, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich nehm eine Seele! Au! Denn ich will dich jetzt haben, mein Freund. Ich sollte aufhören mit schweren Angriffen hier zukommen. Aua! Weil dein Katze... Warum ist dein Kater ein Teufel? Ist der Hitler oder sowas? Ist das so eine Katze, die aussieht wie Hitler? Komm, wenn ich jetzt sterbe, dann lach ich aber. Ja! 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 Ich hab's geschafft! Bund des Arthorias! Und Seele von Wolf! Und Menschlichkeit und Heimkehr-Knochen. Oh! Äh, du scherzt weg. Schade. Und ich hätte vielleicht einen anderen Ring mal anziehen sollen. Egal. Was macht denn das? Bund ermöglicht Abgrundschreiten. Das... Aha. So! Äh... Heimkehr-Knochen! Und damit nach Hause. Da, da, da! Oh! Pyramid... Äh... Feierkugel. Verbesserte Werte... Ja. Damit können wir jetzt... Ja, damit können wir jetzt dahin, wo wir hingehen wollten. Ne? Ihr wisst alle, was ich meine. Ihr wisst nicht, was ich meine. So, okay. Ich guck mal kurz. Oh, wir müssen erst... Oh! Ja! Aproposieren! Ähm... Vitalität! Ne, Konditione! Damit können wir mehr tragen. Und ich brauche nochmal 1000 Punkte, damit ich nochmal auflemmen kann. Oder wir kaufen uns damit jetzt Sachen, die wir brauchen für die vier Könige. Nein, da muss jede Gelegenheit mir Schmerzen zu fügen. Dann hauen wir es zurück. Die aufweicherte... So, ähm... Teleportieren zum Feuerband schreien! Leikatz, ich wusste gar nicht, dass du mit dem Max... Also mit dem Funk auch... Also, dass du Funk auch auf schaust. Mein Gott. So, Feuerband schreien. Dü-dudu-dü-dü... Hi Hitler! Das sieht einfach... Das ist einfach voll der Hi-Hitler-Gruß. Was soll das? Für den Krieg! Jo! Oh, das sieht so schön... Achso, Kater. Leikatz, wem hast du gemeint, ne? Wen hast du gemeint? Hast du bei mich gemeint? Keine feuerhütigen Läufer kann nicht entzündet werden. Ach ja. Aber die Musik ist so traurig einfach. Naja, nicht mein Problem. Ne, ähm... Ich wollte nicht erstmal da hin. Ich wollte erstmal... Ich muss... ...da hin. Ach, der ist auch noch da. Hallo! Da bist du. Master Logan. Es scheint, dass er noch zu beurteilen ist. Ich will ihn suchen. Du siehst, Master Logan hat die meisten von ihnen mit ihnen verlassen. Ich konnte dir zeigen, Logan, dass du viel getan hast, bevor ich auf dieser Reise gehe. Scheißfeuerbomben, der geht mir so auf die Eier. Alter. Hör auf, so Nerven. Du bloß so. Da ist das Vieh und da hinten ist irgendwo die Alte. Weil das Vieh da ist, tötet ich das einfach mal. So. Hallo, man schlägt keine Katzen. Ja, aber... Aber, 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 Katze. Ich seh grad, wir haben so wenig Schaden von dem Ding bekommen. Cool. Ich darf ja sogar Sub bei ihm. Oh, ja, das seh ich jetzt gerade. Ja, ich kann leider nicht subscriben. Ich hab halt eben, äh... Ich würd gern Gronkh und Pan und so. Ja, 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 ja. Ich will hier kaufen. Moos frau ich nicht. Ich will hier nur... Äh... Wanderfluch. 4.000 zählen. Äh, hä. Hä, wieso kann ich nur zwei kaufen? Ich hab doch... Hä? Wieso kann ich nur zwei kaufen? Achso, die hat nicht mehr. Oh. Geil. Na gut. Über Leusmannsteigerung ist die Fluchsteigerung und Hebflüge... Aha. Menschlichkeit. Ich... Ich kauf mal einen davon. Nü für den Fall. Menschlichkeit brauch ich nicht. Prismaschlein Weges. Markierung dient aus der Höhenmessung. Heimgleich noch mal ein faules Harz. Oder wird ja auch gekügt. Ein Tuxiviertfeind wird auch aus Spielern. Nein. Giftiges Wurfmesser. Nee, das haben wir alle schon. Äh, Menschlichkeit könnte ich eigentlich gebrauchen. Hm, ach komm, das eine kaufe ich. Mal sehen. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich würde gerne den Funk und den Gronkh und so aufsummen, aber, ähm... Ja, daraus wird nichts. Muss ich einfach gucken. Ich muss einfach für meinen Führerschein sparen und das Geld, was ich auf, äh, Paypal eh durch den Nation bekomme, werde ich wahrscheinlich nicht für, äh... Ja, eigentlich, ich... Das Geld, was ich jetzt spendet bekomme, entweder gemieße ich das für Giveaways aus oder spende das an Gronkh oder an ein kleineres Streamer. Deswegen komme ich nie dazu. Ähm... Wie komme ich nie dazu, wirklich, ähm, zu suscriben oder sowas. Aber ist es auch nicht so schlimm. Sooo... Wenn der Funk mich hier spielen sehen würde, würde er denken, ah, was ist das für ein Eumel, der hat ja alles kaputt gemacht und der dreht nicht auf die Reihe und der wasted alles. Weiß was, ich hab' keinen Bock auf dich. Ich hab' ihn einfach getötet. Ahaha, ich hab' ihn einfach getötet. Ich hab' ihn einfach getötet. Wie all. Oh, der hat ne Seele gelockt. Menschlichkeit und Zaubererstille. Ähm... Wappenring ruhen da dran... Oh. Nein, nichts Katzen sind das höchste Gesetz über allen. Ja, okay. Ähm... Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Ach, wir wollten nach Neulondo. Das geht... Äh... Wo ist das denn? Wo ist das? Äh... Hier runter. Ich bin bei Funk, bei Gronkh und bei Parnzap. Ja, ich bin bei niemandem Zapp. So... Hallo Baumi! Baumi ist auch wach! Hi Baumi! Ah... Sooo... Dann mal hier runter, dann mal hier runter, äh... Ọ... Oh, ja... Hier ist das Ding hier. Wo ist denn der Knopf? Da ist ja der Käbel! Der Knopf, genau! Draht! Döööööööööööööööööööööööö. sättetetetetetetetetetetÖd됐etetetet da잖아요值etetetatetetetetetet. Das ist Treffatürt zusammen! Und da ist polling! וח was ist das? eine weise glute soll ja sein ach komm ich gebe dir diese blaue blut darauf ich hätte es jetzt können wir auch magische waffen aber ich habe nichts dafür langswert kann man ihr blablabla quer das fugelnschwert ja genau als ich das alles zurückverwandelt weißt du für was grüne scherbe das mache ich gleich einfach das mache ich glaube ich ja das ist sauber jato naja für das sauberschwert bräuchte ich dann ja ich bräuchte wille und intelligenz und sauberei und das ist scheiße deswegen mein freund was kann ich denn bei dir kaufen verstärken kann ich ja kann ich das schild verstärken ich stelle gerade auch meine Szene bei OBS was? ich stelle gerade auch meine Szene bei OBS Szene ein traurig dass er wahrscheinlich nie richtig funktionieren wird ah wenn man guckst das könnte schon gehen das wird schon das wird schon wappenschild drachen wappenschild gargoyle blutschild balder kristall hüllen drachenschild ich brauche rotes scherben dafür ja fällt mir gerade ein ich hab mal einfach nur wir haben ja wie viele kleine scherben wie viele kleine sterben 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 kleine scherben hab ich denn ich will nur das verbrochene schwert auf aufwerten bam so ist halt vor das gibt es nein egal du 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 aber auch kurz wird noch was nachgucken auf die eintönlichkeit warum ist das eingesperrt ich meine da der hat eine Schmieder drin ähm waffen verstärken was zum verstärken ich wollte hier Gegenstand kaufen das war's ach ja ich wäre jeden Fall jeden Fall beschleunen ja das ist das das Problem soo soo dub dubاض dub du 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 dududu ähm Baumie wie geht es Dir denn heutee Hä früher war das vergleichsweise noch viel da hast du mit 1000 seelen dich hochgeladen haben das da hat das hier schon gelohnt die ehe abzugraben sie so traurig ja trete dem erst mal den arsch und dann hauen das ding in den rücken super vorspiel genau super vorspiel mein freund ich nehme das wofen ich nehme das fern da ich nur das fernlas weg und mach mal das ding da punkster rein dafür da den wandernfluch ich glaube den werde ich gleich brauchen blöw blöw ja ich muss nie sein und auch nicht die muss doch ließen gelobt sei die sonne du auch du auch so ich brauche den ring jetzt noch nicht anzuziehen eigentlich brauchen wir erst mal für ja abgrund schreiten das wäre ich nicht wenn wir das jetzt laufen wird tp von gefeiligen gegnern ich nehme ein ring des bösen auges für das erste aber das sind grad so wanderfluch wirkt auf uns schreiten das sightst